Welche Uhr tragen Sie heute? Heute eine, ich weiß gar nicht, ob das Big Pilot ist, aber auf jeden Fall eine Pilot von der neuen Kollektion. Grau, mit grauem Ziffernblatt und braunem Armband. Das ist echt gigantisch. Haben Sie große Uhren? Das ist genau so die Größe, die ich gern habe. Das ist so 44 mm. Waren Sie schon mal in der Schweiz in der Manufaktur? Ja klar, ich habe schon öfters besucht und ist sehr beeindruckend. Hat auch viel gemeinsam mit unserem Formel 1 Team, weil alles da zur Perfektion, die Details und so, das ist schon beeindruckend.